Herzlich willkommen in der Welt des Himmelsmopeds. In diesem Video stellen wir euch Marliese vor, ein ungewöhnliches, kleines Flugmodell. Marliese sieht fast so aus wie ein gewöhnliches Moped, aber mit dem kleinen Unterschied, dass sie zwei Tragflächen hat und fliegen kann. Ja, ihr habt richtig gehört. Fliegen. Unser wagemutiger Pilot setzt sich auf die Maschine, dreht den Motor auf und ab geht die Post. Die ersten Testflüge fanden in einer Sporthalle statt. Marliese war danach nicht aufzuhalten und durfte schon bald an die frische Luft. Und was soll ich sagen, der Himmel ist ihr Spielplatz. Also beim nächsten Spaziergang draußen haltet die Augen offen. Vielleicht seht ihr nicht nur Vögel und Flugzeuge, sondern auch Marliese, das Himmelsmoped, wie sie ihre Runden dreht. Viel Spaß beim Zuschauen und vergesst nicht, euch gut festzuhalten, falls ihr mal mitfliegen dürft. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.